Adcontroller.rendeik atile 8 Frankfurt-Mein, deutsche Presseagentur, minus Eintracht Frankfurt bestreitet die Generalprobe für das große Europa-League-Duell mit dem FC Barcelona mit Routinie Makoto Hasebe. Der 38 Jahre alte Japaner ersetzt am Samstag, 15.30 Uhr-Sky, im Bundesligaspiel gegen Greuterfitz den gesperrten Österreicher Martin Hintiger und dürfte so die zentrale Position in der Dreierkette von Chefcoach Oliver Glasner einnehmen. Sonst verändert der Trainer des Team das zuletzt beim 0.0 bei RB Leipzig ordentlich gespielt hatte nur auf einer Position. Jebril so kommt für Sebastian Rode. Die Gäste aus Franken müssen wie erwartet auf Mittelfeldspieler Paul Segen, Muskelfaserriss, und Verteidiger Sebastian Griesbeck, Erkältung, verzichten. Für Griesbeck rutscht Luca Etter in die erste Elf von Trainer Stefan Leitl. Der Aufsteiger hat in dieser Spielzeit erst einen Auswärtspunkt geholt und droht als letzter mit großem Rückstand direkt wieder abzusteigen. Stürme Jamie Leveling, 5 Saisontoure, sitzt zunächst auf der Bank.Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220401997621684. ndrompt